Hallo, ja, vielen Dank, das ist ja nett, dass ihr klatscht, aber wir uns noch gar nicht kennen. Ich habe einen Text mitgebracht, denn ich habe dreieinhalb Jahre neben meinem Studium in einem Supermarkt gearbeitet. Und ich glaube, viele Menschen ahnen gar nicht, was sie von dem Leben so alles in der Supermarktkasse lassen. Die Leute kommen da jeden Tag einkaufen, bezahlen mit ihrer EC-Karte, steht noch der Name von denen drauf. Und dieser Text ist allen gewidmet, die auch im Einzelhandel arbeiten. Ich kann natürlich nicht sagen, wie der Laden hieß, in dem ich gearbeitet habe. Der Text heißt Rewe. 6.45 Uhr. Ich betrete den Laden und gehe ins Büro, um meine Kasse abzuholen. Im Eingangsbereich streift eine Rentnerin unruhig auf und ab. 6.58 Uhr. Ich sitze an der Kasse und richte meinen Arbeitsplatz ein. Im Nacken spüre ich den heißen Atem der nervösen Midsiebzigerin, die ihrem Einkauf entgegenfiebert. 7 Uhr, der Laden öffnet. Die rüstige Rentnerin Renate betätigt den Kickdown-Schalter in ihrem Rollator und rast in die Gemüseabteilung. Ich verliere sie aus dem Blickfeld. Drei Minuten später. Renate taucht am Horizont meines Kassenbandes auf. Sie schnauft. Glücklich legt sie ihre Kondensmilch in kleinen Zweig Weintrauben an einer Packung Lakritzbonbons auf das Band. Sie strahlt mich an und fragt, ist es nicht herrlich, so früh einkaufen zu gehen? Man muss gar nicht warten. Dass sie gerade eine Viertelstunde zwischen Schnittblumen und Streusalz im Eingangsbereich hin und her gefahren ist, scheint sie verdrängt zu haben. Seit ihr Mann letztes Jahr gestorben ist, hat sie nicht mehr viel zu tun. Kurz darauf. Die ersten Raucher und Bild-Zeitungsleser haben sich mit den liebsten Waren eingedeckt. Heinz ist auch schon da. Heinz kommt jeden Tag zweimal einkaufen. Morgens kaufte er acht Dosen 0,5 Liter Bier, abends sechs Dosen und zwei Lütte. Man gönnt sich ja sonst nichts, zwinkert er mir zu. Und ich glaube, er konnte heute wieder nicht duschen. 8.15 Uhr. Eine Frau schreit mich an, weil die Bärchenwurst 20 Cent teurer war als auf dem Schild stand. Ich rufe meinen Kollegen, um den Preis überprüfen zu lassen. Er ist richtig. Die Frau entschuldigt sich natürlich nicht. 20 vor 9. Mein Kollege Hannes, der erst einen Tag bei uns arbeitet, verwechselt Lichtschalter und Alarmknopf an der Kasse. Sieben Minuten später erscheinen zwei Polizisten im Laden. Der ungerechtfertigte Einsatz kostet 600 Euro. Hannes ist ab morgen nicht mehr mein Kollege. Ich habe übrigens nichts davon ausgedacht, nur falls ihr euch wundert. 8.59 Uhr. Ein Mann legt mir einen losen Teebeutel auf das Kassenband und sagt, das haben sie sich verdient. Er lächelt freundlich. 9.04 Uhr. Meine Kollegin Jana löst mich an der Kasse ab. Es habe ein Vorkommnis gegeben und die Kollegen im Lehrgut bräuchten meine Hilfe. Es stellt sich heraus, dass niemand anderes Lust hat, das Vorkommnis zu beseitigen. Einer der Kunden hat in eine PET-Flasche gekackt und sie in den Automaten gesteckt. Ihr wisst, was mit den Flaschen passiert, ne? Krupp. 9.17 Uhr. Zwei Kunden haben in der Fleischtheke angefangen, sich zu prügeln und mit Bierflaschen nacheinander zu werfen. Der Grund, meine Kollegin hat gefragt, wer als nächstes dran ist. Kurz vor halb 10. Wiebke kommt an die Kasse. Sie bezahlt immer mit Pfandbons. Heute kauft sie zweimal Hundefutter und einmal Toastbrot von Jahr. Sie hat 3 Cent zu wenig. Ich sage ihr, dass das schon so passt. Und sie dankt mir überschwänglich. Eine Gruppe Jugendlicher kommt an die Kasse. Sie wollen eine Flasche Oldes Loa Korn kaufen. Ich frage nach dem Ausweis. Der junge Mann ist 16. Als ich ihn darauf hinweise, dass man Korn erst ab 18 kaufen kann, antwortet er, hä, wieso? Da steht doch drauf 16 Prozent. Wenig später. Ein Mann auf einem Elektroscooter klaut eine Melone und eine Flasche billigen Wodka. Als der Detektiv ihn hinterher fragt, was er damit vorhatte, meinte er, er wollte sich halt eine Party-Melone machen. 9.34 Uhr. Eine Frau mit kaputten Händen kauft drei Flaschen Essigreiniger und zweimal Scheuermilch. An der Kasse desinfiziert sie sich die Hände, das Wechselgeld muss sich aufs Band legen, damit sie meine Hand nicht berühren muss. 10.14 Uhr. Eine Frau kauft für 140 Euro ein. Ihre Karte wird abgelehnt. Sie behauptet, dass sie gleich wiederkommt. Die Stimmung in der Schlange steigt. 11.36 Uhr. Herr Meier kauft Kaffee, Brot und Obst. Anschließend schreit er, Hitler, Napoleon und alle sind sie in den Russen gescheitert. Und geht lachend aus dem Laden. Viertel vor zwölf. Vom Süßigkeitenregal kann sich Herr Petersen mal wieder nicht entscheiden. Seit drei Stunden läuft er durch den Laden, überlegt, welche Konsequenzen der Kauf von Nuss, Daim oder Milchschokolade haben könnte. Er kommt an die Kasse und fragt, ob es ihr auch mit Nougat-Geschmack gibt. 11.49 Uhr. Eine alte Frau sagt, dass ich ja so hübsch sei und dass es eine Schande wäre, wenn ich in die Hölle käme. Sie legt mir einen Flyer einer christlichen Gemeinde aufs Laufband. 12.01 Uhr. Ein Mann mit einem Kehlkopf-Mikrofon bestellt einen Beutel schwarzer Krauser-Tabak. Eine Viertelstunde später. Eine weinende Frau fragt, ob wir auch Schwangerschaftstests verkaufen. Ich schüttel den Kopf. Sie drückt auf den Zigarettenautomaten. Big Pack Prince. 12.47 Uhr. Heinz ist wieder da. Er hat gute Laune und kauft noch einen Lütten. Er legt mir ein klebriges Bonbon auf das Laufband, was Süßes für meine Süße. Lacht er und zwinkert mir zu. 12.54 Uhr. Aus Reflex frage ich einen jungen Mann, der Kondome kauft, aber Treuepunkte dazu haben möchte. Ich muss unfreiwillig lachen. Er wird rot und geht. 13.00 Uhr. Ich habe Feierabend. Bei der Abrechnung fehlen drei Cent. Und die Frau, die für 140 Euro eingekauft hat, ist natürlich nicht mehr zurückgekommen. Morgen habe ich wieder Frühschicht. Vielen Dank. Selina Seemann. Applaus für die letzte Poete.